ja juli leute mann jetzt willkommen in seiner weiteren folge pvz zusammen marke der rechte von unserem stand der wissenschaft sender jetzt macht in diamanten wissenschaft sender und markens darf uns mal hier offiziell das thema der heutigen folge vorstellen ja ich habe schon ein video über beteiligt und heute reden wir auch über die bettung an bett und welche hat dann allgemein wie wir es so stehen wie wir denken wie es wird und ich würde sagen dass man das erste wort ich habe das erste wort genau wie er vielleicht auf unserem alten kanal gesehen habt haben wir beide schon die erste offizielle battlefield hardline beta gespielt die ja offen war für alle haben wir auch ein paar videos auf dem alten kanal gehabt das heißt für alle die da mein interesse haben das sich vielleicht noch anzuschauen könnt auch gerne noch mal vorbeischauen müsst ihr aber nicht denn jetzt kommen wir zum punkt wir hoffen dass wir wieder zugang zu der jetzt kommenden battlefield hardline beta bekommen ja wie wird sie bitte viel verschützt sollen also der hardline ist ja kein militär shooter was viele kritisieren was ich jetzt sage ja ist mal was neues müssen wir mal was anderes probieren ich finde es eigentlich cool das ist ganz cool eigentlich so geht das linge weil gangsta singen ist momentan auch bisschen fame auch in amerika wie gar nicht hier ist ja die bekannteste amerikanische serie und der beliebteste nevis hier ist und das jetzt auch in diese gangsta singen mal richtung gehen warum nicht finde ich eigentlich ziemlich cool vor allem gibt es halt auch mal so ein bisschen neue art von missionen weil zum beispiel dieses geld klauen aus den trucks so was in der art war ja davor eigentlich noch in keinem shooter so direkt es war ich also ich weiß kein beschützen irgendwas beschützen vor bombenlegung aber dass du wirklich hingehst jedes nimmst und dann mit einem fluchthelikopter ein kommen muss und das ganze mit verfolgungsjagden auf straßen und ähnlichen das habe ich davor auch noch nicht gesehen ja ist ja auch ein neuer modus auch wieder also es gibt ja die rettung da muss ja die geist befreien als wort an hat und da gezeigt richtig auf team und so da muss halt team arbeiten muss halt gucken wo die anderen laufen dann muss halt woanders hinlaufen ist halt richtig geist befreien als als wort also als polizist das ist auch mal geil weil team play wird da verstärkt und ja dann wird auch noch ein hotwire geben fahrt mobilen Prozent erobungspunkte die fahrzeug erobungspunkte da musst du den fahrzeugen einsetzen und dann musst du als gewisse geschwindigkeit fahren dass der punkt ist und das ist auch mal ziemlich lustig das finde ich auch ziemlich cool die sache ist halt nur wie ist es in den fahrzeugen weil autos ja auch irgendwie zerstört werden wahrscheinlich oder ich weiß nicht ja ich glaube die werden zerstörten werden dann neugierig ich weiß nicht ja so was ich bisher gesehen hat also von zuziehen zuziehen buggy squad das ja gemacht die waren in amerika irgendwann mal haben das aufgenommen und die haben darum gefahren habe die punkte erobert von den mobilen fahrzeug und ja also es war ziemlich lustig was sie gesehen haben den verfolgt wieder auf der heißt was wir sehr oft gespielt werden als zwei tippt aber ich sagen muss das war das andere noch mal glaubt man ihr was du gesagt hast nie wieder plattmanni ergen heute nie wieder plattmanni alter obwohl man es hier die zuwachen das wichtigsteilten ich finde es auch nicht so schlecht aber da heißt es auch das ist meine Meinung nach meiner Meinung nach auch also ich bin da mani ist einfach so ein Modus der ist zu sehr abhängig von den Kollegen wenn du der Leute hat mit dem du zusammenspielst es ist geil ich will sie allerdings mit dem Ende ist die irgendeine Kacke bauen hast du keine Chance da kannst du abgehen wie sonst was du wirst verlieren und es ist etwas was sie mich ziemlich aufgeregt hat manchmal wo wir dann so richtig geil abgegangen sind richtig viel Geld gemacht haben richtig geile Kiffix hatten und verloren haben ja auch dort sind dann am Ende noch nur so einen haben und die anderen fünf Millionen und sie haben aber so nicht so ein bisschen verloren sondern dann halt wenn man das mache ich richtig verleuchtet ich habe die Drohaktie der Beformen vor mir ich habe es hat mich jetzt als ob ich drohaktiviert durch die Trier ist glaube ich recht man sich hier den Schnapper habe ich jetzt in den Haufen gestoßen ja jetzt kommt wieder nach der Fünfer Abschuss Serie Mann obwohl ich halt einfach nur Jolo rein Rennen und Rumballer ich habe sechs Kiel sind die Fünfer Abschuss Serie hier ja und ich konzentriere mich halt eigentlich null auf Serie und Köln sondern ich laber das ist hier ein Baller zu nennen so der nächste außerdem was ich jetzt ein bisschen blöd finde an welchen handeln dass die MGs rausgenommen wurde weil MGs also als Versorger hat man ja ein bisschen vier jahr nicht nur wegen den Mann im Muni Pack dich gespielt sondern wegen der Wumme weil die Mg einfach die geile Wumme hat man einfach geil ist und die wurde halt wenn ich da dann einfach er kann man einfach nur rein halten und jetzt gibt es halt nicht mehr genau wie es gibt es auch nicht mehr kann es auch nicht mehr ausrüsten nur bei Kauffrauen und Fahrzeugen oder halt als Pick-up Waffe kannst du halt eben spielen es gibt ja noch wirklich Pick-up Waffen bei Hardline ja es gibt Pick-up Waffen genau und das ist halt RPG und du hast halt einen Granatwerfer nur zum Beispiel du hast als Polizist Granaten und als Baditen wie heißen die Baditen hatten die Gießen oder? Nee Räuber? äh ne Böhm ich weiß es immer nicht ich weiß es aber auch nicht mehr wirklich ich vergiss es immer um Aufnahmen es ist das immer so ein Bäh und ähm ja nach der Aufnahme wissen wir es dann eh wieder beide auf jeden Fall bei Nieten oder Räubern wie man so nennen will oder so ihr wisst was gemeint ist die Größen halt die haben halt Molotow Cocktails ja die haben halt die Verbrecher ja genau Verbrecher Verbrecher ist gut formuliert die haben halt Molotow Cocktails und ja es ist halt wie bei Belch 3 jeder jede zum Beispiel das Land hat ja auch andere Waffen gehabt und da wird es jetzt auch so sein wie bei Belch 3 dass jede Fraktion alle Waffen hat ja wie als Granaten und Baditen ja was ich manchmal gut finde so äh was ich echt manchmal gut finde aber manchmal muss ich auch sagen regt es ziemlich auf wenn man sich mit einer Waffe einspielt und dann kommt man halt ins andere Team und die Waffen hat eine komplett andere Statistik ja manchmal regt es echt auf ich weiß es ist nicht eher zuletzt sind und was davon gab dass unterschiedliche Waffen alle haben also das manche nicht die Waffen haben von denen haben sondern wenn man sich die über als Polizisten mal die Waffe nicht hat und die Verbrecher mal die Waffe nicht hat mal die ist ja okay aber wenn es jetzt so ist das wirklich alle Waffen komplett und unterschiedlich sind dann hätte es immer schon es wurde er schon äh kein Gebrächtnis sind ich hab's gesehen ich habe gesehen wie er sich hinter die aufgeladen hat er hat noch Abstand zwischen der Wettbewerb der Wettbewerb der Wettbewerb der Wettbewerb sollte die Wettbewerb der alte Wichter mit ihr und ihr schildsäckter der Schwer wie der zweite ja man und es wurde schon mit welcher Waffen es geben wird als Motor noch welche Waffen ja der Ball stark graut alter ich habe ja auf jeden Fall ich ich finde das Spiel Hammer so ich hätte zwar mich auch schon mega drauf nein 4% hatte überlebt jetzt ist das aber wir gewinnen ziemlich heftig gerade irgendwie das ist halt das Problem das halt kann man die Talschule ist weil die Leute halt äh Ballyfield halt wie gerade mit dem Talschule verwenden und ja ich finde es jetzt nicht so schlimm mal was anderes sonst abgehen weil es kommt ja eh in Ballyfield 5 2016 und 2017 so und dann haben wir das wieder darum auch nicht mal was anderes wohl der Move von Nice Ballyfield 4 ist ja eh nicht fertig was dich ist warum schon Ballyfield 5 und da ich will ja auch noch das ist ein Jahr Vigabed Hader weil man sich halt ja mal schauen was wie es wird oder man sich sagen nee das ist nichts scheiße ja viele haben halt echt diesen Kritikpunkt das ist kein ähm mir tatsächlich ist genau mir gesagt hat die Köln weil viele einfach ich kann es zwar auch nicht wirklich verstehen stehen muss ich ganz ehrlich sagen weil an dem Spielgefühl her ändert es nicht viel außer dass es halt coole neue Möglichkeiten gibt für neue Modus sehr unendlich ist viele sagen halt das um das ist ein coole Spielidee ist aber man sollte es nicht berichten was einfach kein Militärschuter ist es hat den Namen eigentlich nicht möglich weil ich vielleicht mit der Schuhe ist was ich jetzt finde ist ein bisschen übertrieben ist jetzt ein bisschen übertrieben ist im Namen nicht aber das macht ja DICE arbeitet ja immer noch ein Battlefield 4 an Star Wars Battlefront arbeiten die auch noch und ich finde dass die jetzt da manche jetzt ein bisschen überziehen dass sie jetzt sagen ja das ist kein Militärschuter scheiße ne so so kommt es manchmal vor ja so ist es glaube ich auch von vielen Battlefield Fans meinen so direkt ist scheiße ja ja okay und da geht er als erstes ins Haus rein gleich da gibt er immer die OP Waffe die OP Waffe ja komme geschenkt auf jeden Fall wird halt mit Battlefield 4 also wird Battlefield Hardline den Start von B3 oder B4 nie ähm schaffen glaube ich dass sie halt wirklich so welche wirklich das Release wirklich fast ausgekauft ist oder so ne werden sie halt nie schaffen wie Battlefield oder B3 ne mit Hardline denke ich nicht also da werden erst viele erst nachher bestellen also die großen Jute sowas wie Schimpansen oder so wird solche hat es wahrscheinlich schon vorgestellt weil es ja muss ungefähr ja aber das ist einfach so eine Sache ich persönlich finde das Spiel eigentlich saugeil tschau ich finde so muss das kein äh Militärschuter sein Militärschuter sein ja es ist zwar schön und gut dass es so mal wieder viel ist und ich habe nichts dagegen dass es so ist beziehungsweise war dann halt bis jetzt aber warum nicht war was neu ist ja probieren wenn es halt nicht läuft dann sagen sie jo ne nicht mehr oder so ne überall diese scheiß Minen bin ich schon wieder fast verreckt so diesmal habe ich es aber so ich habe den Abschluss gemacht ich war der fünfte schee schee muss ich sagen perfekt hier zum Ende des Himmars bekommen wir wollen sagen wir versuchen die Battlefield Hardline Beta zu bekommen und natürlich auch wieder Let's Plays zu euch rauszubringen wir hoffen dass euch die heutige Folge pvz gefallen hat wir sind ziemlich abgegangen und bis dahin leute würde ich sagen sehen wir uns das nächste mal servus und tschau so hier noch einmal die Statistik und damit servus und auf wieder schauen what the fuck ich habe einfach vier Medaillen so hier noch aber die absoluten so hier noch die so hier noch mehr so hier noch mal